hey leute willkommen zu einer neuen folge happy wheels so gehen auf bros lewitz ich will heute mal lieber nach rating wieder sortieren dieser woche weil wir letzten letzten part schon ein paar trash dabei hatten allerdings war ich das level von kamika pilz recht cool also ja doch ziemlich cool noch mal vielen dank dafür und ich sag nochmal leute wenn ihr mir level erstellen wollt könnt ihr das liebend gerne tun ich werde sie auf jeden fall zeigen und ich würde sagen wir fangen mal an mit machi throwing oder wir fangen gleich mit dem bestbewerdeten level an subway rampage was zum teufel yo susan they got nuggets ja in so ein hochhaus alter kann ich noch weiterfahren jerkface police department war auf jeden fall cool war sehr kreativ allerdings hat man auch wieder da nicht so wirklich viel getan und weil sie nun zerstörung irgendwie aber trotzdem nicht schlecht mache ich frauen golden kill dem all boah dieser schrei alter dieser doppelte schrei oh komm ey komm der hat schnell den schrei ausgestoßen dass er getötet wurde warum hab ich nicht erwischt so dich braun noch den schaffe ich der letzte wurf jaaa park of dead coming soon cool ok neon kurs hallo ich bin doch ein pro ich bin der größte pro so ja hier mal kurz youtube werbung machen also wer vorbeischauen möchte kann das gerne tun bevor ich nicht als afface fahren so hier ok mache ich das mache ich doch mal nein wo 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 hier nada was anders man einfach jesu wo es ist doch kein problem und oh god kein thema ciao Wo kam die denn jetzt her? Okay. Yay. Perfekt. Giant Harpoon. Funktioniert überhaupt? Ne, ne? Aber es kommt auch hier diese... Wow. Todes Sterne von oben. Es kommt Bottlerun. Bottlerun ist ja eigentlich relativ einfach. Es tut vor allem immer mega in den Augen weh. Mhm. Ohren weh. Oh. Oh. Warte. Wie soll ich denn... Ich hab's geschafft. Ja, okay. Glassfall. Mach ich. Kein Thema. Achtung. Wow. 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 Gravity Clash. Okay. Wow. 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 Cool. Das war richtig cool. Das war ein richtig schönes Level. War schön lang. War abwechslungsreich. War nicht super. Harpoon Dodge. Death Row. Wow. Ah. Okay. Okay. Aber sogar die Begrenzung hier markiert, ab wann die Rapunen denn schießen. Okay. Ah. Boah. Ich denke, wenn ich jetzt mich... Ohohoho. Töte mich. Okay. Geht nicht. Wooh. 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 Ich hab's geschafft. Krass. Das war ja leichter als erwartet. Yeah. So. Machen wir das nächste Level. Rob Swinking. Klingt doch wie immer interessant. Bist ein Teufel. Rob Swink. Bei Jaspi. Huiiii. Wooh. Wooh. Okay. Ich hab's geschafft. Sehr schön. Einfach runter... Nein. Ich wollte grad sagen. Einfach runter sliden lassen. Aber... Das war wohl nicht so der Fall. Irgendwie nämlich die Dinger da oben und gern kann alles pflanzen. Nicht, dass ich schon mal welche gesehen hätte. Ich meine... Ihr wisst schon. Also auf Bildern und so. Ne. So einer bin ich jetzt nicht. Okay. Haha. So. Wooh. Und drunter. Okay. Okay. Es läuft gut. Das soll ich vielleicht nicht zu laut sagen. Aber... Aktuell läuft es. Make a ball. Bin jetzt rein. Okay. Mein Bein. Tschüss. Huiiii. Und... Okay. Oh, es geht... Oh, es geht nur weiter. Aber war nett. Es sah auch sehr schön aus, muss ich sagen. Gut. Das nächste Level. Special Ball Throw. Ich liebe Ball Throw. Ich hab momentan voll den Spaß am Ball Throw Level. Okay. Ist so interessant aus. Huiiii. Okay. Hallo. Jetzt... Ah. Wow. Fast in die Todesbox. Wow. That's stupid. Loose Balls. Ey. Das ist ja cool, dass es das vielleicht auch gibt. Three Light Balls. Ey. Oh, die Fragezeichen. Die Fragezeichenbox. Nichts ist passiert. Okay. Wow. Bomb him. Den. Wow. Achso. I'm still be talking through. Ah, da hinten ganz oben rechts das Fach. Cool. Bro. Ist auch richtig cool. So. Oh, jetzt komm schon. Justin Bieber Sacrifice. Ist das cool. Nochmal. Wow. Hey, nein. Nochmal. Das Level ist lustig. Was haben wir da? Nothing. Lol. Dead Disappointment. Wow. Ja, nein. Three Light Balls. Wow. Justin Bieber Sacrifice. Nein. Die Todesbox. Verdammt. Oh, fast ins Win. Ja. Das sieht nach Win aus. Nein. Das sieht nach nichts aus. Okay. Schade. Ui. Nothing. Sehr gut. Justin Bieber Sacrifice. Und Win Help. Nice. Wow. Nein, komm. Komm. Wuh. 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 Was war das denn? Hä, wo... Wo hat sich der denn jetzt lang gebackt? Wuh. 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 Steven. He got you. Not funny. Hahaha. Das Level ist cool. Komm. Komm. Ja. Hold up, dummy. Ja, wir haben es geschafft. Das Level ist richtig cool. So, das nächste Level. Fruit Swings. Hab ich jetzt gerade nicht so los aufs... Wuh. 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 Swat Throw Pro. Ich hab mal Lust drauf. Oh. Okay. Ist ja so ein normaler Swat Throw leider. Oh. Ich seh die Schwerter gar nicht richtig, ey. Wieder wegen dem Hintergrund. In der Aufnahme sieht man das besser tatsächlich. Aber hier... Während ich das gerade spiele, erkennt man die Schwerter gar nicht so richtig. Weil... Der Hintergrund halt so weiß es. Ich seh eigentlich immer nur den Griff. Aber ich hab's geschafft. Wieso hab ich nicht gewonnen? Egal. Dann spielen wir nochmal Freeze Swat. Oh, aber was spiele ich denn? Was spiele ich denn jetzt? Ähm. Doch, Freeze Swat. Spiele nochmal Freeze Swat. Welcome to my Freeze Swat. Ui. 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 Ich nehme so Ding mit. Sehr gut. Ui. Okay. Die Lane 0,7. Oh, das wird schwierig. Ob ich das noch packe? Na, jetzt kommt... Naa. 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 Das sieht nach nix aus. Dann... Bretter ich einfach noch mal voll rein. Uh. 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 Donut geschafft. Krass. Oh, das könnte jetzt schwierig werden. Da muss ich Tango tanzen. Obwohl, ne. Das hört nix. das lieb ich einfach überall durch bagge so nein ich wieder zurück danke sehr ja oh gott das ist leider nicht mehr obwohl was man könnte ich vielleicht jetzt 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 stecke ich komplett fest jetzt ist jetzt ganz vorbei die kummer packt mir an arsch du hast trainiert meine arschmuskeln ja das hast du wirklich dankeschön das ist ja aufgefallen ist aber würdest du jetzt bitte aufhören niemals ja ok papi gib mir deinen hellen wieso verletzt sich die mir da und ist er noch so ein embryo oder was ich komme zu dir mein kind ok hier noch geschrien hat was ist los mit mir oh gott das schaffe ich das schaffe ich so ok jetzt noch ich denke nicht jetzt sowieso nicht mehr okay noch mal nein das wird nichts mehr ich sehe es ja so jetzt ich sehe es doch jetzt schon auch doch das ist gut das ist sogar sehr gut geworden sehr schön ich glaube die sind überhaupt gefriest gerade jetzt um gesehen wie wir auch direkt auch eine mitgenommen haben nice wiii läuft ja ganz gut 0,3 delay wo 0,2 und ja wir schaffen es doch jetzt muss ich mal hier so reingrätschen wo und geschafft 0,0 impossible das war cool das ende war richtig richtig cool das sind wir wirklich schön so rock swing hart machen wir das noch mal kann ich das nicht schon aus dem letzten part oder so ja ich glaube es kann ich aber egal wir können ja noch mal spielen weil ja dann bestimmt ein gutes level wenn es gut bewertet ist nicht wahr oh nein 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 war das knapp okay alles klar das hatten wir schon mal finde ich aber immer noch gut so was kann danach 97,3 32 prozent impossible ich weiß nicht nur noch so eine zahl kommt aber okay please wait for screen was geht's denn ah ok gut dann eben noch einmal den rollstuhlmann und volle kraft voraus oder auch nicht hätte sein hätte passen können ist es sogar fast funktioniert warte mal es ist es kann funktionieren ich weiß es ich weiß es fast der rollstuhl hat erwischt nein okay warte ich noch mal den unrespondent nicht immer die andere doch den unresponsible dad noch mal ja ich habe so die map geschafft war mit dem geht es eigentlich ganz leicht denke ich mal wenn wir jetzt mit timi ihn einfach mal auffangen ach das ding schießt permanent pfeile okay achten das und mal eine apune ok habe ich gar nicht so nah genommen aber wie gesagt wenn man ziemlich hat es ist machbar zum teufel ich möchte dass eine mine war ja ja naja mit timi hat es ist leicht aber war trotzdem ok jetzt hat es gerade schon spot for pro sind dieses paluten was heißt denn das slow mode roll-throw-throw level ok wow def gar nicht ich liebe noch haha so wow wow nein 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 wow ey komm schon so als wohne ich dein ernst so als wohne ich dein komm Wie kann man denn dreimal miteinander den selben Todesschalter kriegen? Oh Mann, ey. Hör auf dich zu töten. Hör auf dich töten zu wollen. Danke. Freeballs. Jetzt können wir wieder... Ist das dein Ernst? Ich fühle mich verarscht vor dem Spiel, Mann. So, wow. Oh, das bin einfach nur zu schlecht. Das kann natürlich auch sein. Oder beides. Oder beides. Child. Yes, wir können Kinder werfen. Hä? Ich habe noch nicht mehr in die Todesbox getroffen. Nice. Oh, jetzt hör doch auf. Wow. Oh, komm schon. Nochmal. Ui. Ey, das... Ihr nehmt den Ball, aber nicht mich. Oh. Wow. Willst du mich verarschen? Wie er doch so zurückprallt. Ey, ich könnte heulen. Ja, win. Geht doch. So, gucken, ob wir noch einen Level machen können. Dann war es das auch heute. Epic Spike Fall. PewDiePie Swatfroo. Swatfroo. Swatfroo Hard. Machen wir das nochmal. Swatfroo. In Happy Wheels. Your Evil Clone. Mini Pro. Ninja Pro. Und Justin Bieber habe ich nicht getroffen. Alles klar. Nein, verdammt. Nochmal. Ui. Okay, ich habe den da oben wieder getroffen. Habe ich Justin Bieber nochmal getroffen. Den Noob habe ich getroffen. Oh Gott. Wow. Und den Mini Pro habe ich auch getroffen. Wie soll ich denn den Attack to Winner hinkriegen? Da muss ich ja über den drüber. Aber ich glaube, das schaffe ich gar nicht mehr, weil das Schwert da so komisch rausguckt. Das könnte jetzt nahezu unschaffbar werden. Wow. Ich habe es geschafft. Oh. Richtig krass. Aber gut, Freunde. Das war die heutige Folge Happy Wheels. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es mich gerne in den Kommentaren und per Bewertung wissen lassen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Freunde, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und haut raus. Ciao.